Wie ist dein Leben? Wie ist dein Leben? Wie ist dein Leben? Wie ist dein Leben? Bis zum Leben geht es immer positiv weiter. Mein Karrier ist richtig gut, positiv. Ich bin froh, weil ich es gemacht habe. Ich will mich nicht mehr mit dem Leben stoppen. Ich will weiter gute Resultate haben, weiter meine Produktion machen. Und ganz einfach immer besser gehen. Das ist mein Ziel. Ich setze keine Grenzen. Ich will immer bei den Besten dabei sein. Bis zum nächsten Mal geht alles gut. Ich hoffe, dass es auch weiter so geht. Eine Grenze will ich nicht setzen. Ich will einfach um die Qualität leben. Und ich weiß, dass ich das nicht packen kann, um die Besten dabei zu sein. Und ja, ganz einfach würde ich nicht mehr Titel gewinnen. Große Kompetitionen machen, wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League. All die höchstmöglichen Wettbewerber immer dabei sind. Und ja, ich probiere noch, wie ich gesagt habe, Titel zu gewinnen. Und ja, eine Nummer machen. Ganz einfach. Mal in Lütze bin ich noch richtig viel Kontakt, weil ganz einfach mein Eltern immer hierher zu Hause sind. Zu Schöpflegen. Und ja, kann ich auch so sagen, dass mein zweiter Heimat war. Weil sie auch zu Bosnien geboren. Ich bin ganz frei von dort fortgegangen. Und ja, sind dann einfach zu Lütze bin ich abgeboren. Und auch zu Dachs. Und dann bin ich noch immer zurück in Lütze. Und das gefreitet mich richtig. Und ja, es kann auch sein, dass ich vielleicht noch im Fußball durch Wettbewerb wäre. Das fehlt noch nicht. Das ist noch weit weg. Mehr Kollegen und Kontakt. Das ist immer wichtig für mich. Ich hätte zu wissen, von wo ich komme. Und von wo ich aufgeworfen bin. Und ja, Wettbewerb natürlich vergesse ich nie.